Wir drehen das Glücksrad. Ich muss ohne Sound für eine Runde, ich muss ohne Sound spielen für eine Runde, das wird easy machbar sein Leute, ACA. Ich hab den schon bildet und gescheckt den Kritik. 14 Punkte in der Foto, so nice. Was war mit dem Glück, das wirst du schon sehen. Das war glaube ich Thunderbird. Du musst einen Followen oder einen Sub da lassen fürs Glücksrad, KSK. War das Soules? Ja. Ja der ist bei Wurms. Der ist so lucky, der. Pass auf, der Machenko. Ja den Scheiß haben die. Hä? Ach so der Ajax. Klaus war der, Scheiß. Oh nein, wir haben einen Tauben. Äh vom Bruder hatten. Bist du dumm? Sorry für die Drohne, Ripp in Peace Bruder. Zu Griff. Oh. Der ist top. Bei den Betten, bei den Betten, bei den Betten. Wir haben einen großen Bet. Bei White ist der es aber. Wichtig. Da ist die ohne Zauber. Zwei Spins. Bin wieder da, ja ohne DHA. Höchste Sense. Dann machen wir gleich nochmal die Dreher. Die nächsten gleich. Hint der. nur eine eingabe also also eine runde höchstens und die andere nur eine eingabe pro ach du scheiße oder rechts von der ziel dauerung schild ich mach das mal kaputt ja er ist close an der tor die hält den engel ne die ironie ach du scheiße oder oh mein gott ich hab dich nicht komplett oh mein gott er ist rechts an der tor noch der einzige deutsch also immer nur eine eingabe leute immer nur eine eingabe ich bin es gibt glaube ich zwei oder drei deutsch in der klasse am besten gehe ich irgendwo in der ecke tschüss hab schon gemacht basti dankeschön basti musst du fortleid spielen oder ich weiß nicht wo ich stehen soll ich glaube ich in der ecke neben der bombe wasser ist typ ich habe beides gemacht muss dass ich nun mal also also abschluss aber ich habe gar keinen abschluss ich bin vom neunte klasse gymnasium bin ich in die bin ich in die erste klasse gewechselt auf berufsschule ich habe keinen abschluss bekommen ich glaube ich zu sein wo aber darf ich darf ich jetzt eigentlich ranz um und schießen zeitig eigentlich nicht was geht ja doch ja wo sich dank für drei euro jungen ja es ist einfach sei es dankeschön dank für jetzt sofort immer nur eine eingabe leute dankeschön für drei euro ich riskiere dich riskieren nico ist lang muss einschalten oh fuck oh ja da draußen auf dem move fuck alter das kann ich auch vergessen nicht schon wieder mit füßen spielen auch bruder mit füßen spielen umgekehrte sicht acht scheiße ok die rest nicht nur viel das remake ich bin nee nee aber wollte ich auch noch machen wollte eigentlich auch dead island spielen das ist halt wolltest du nicht heute auch dead island spielen ja ja aber ich habe heute auf arbeit überstunden gemacht ich hab heute auf arbeit überstunden gemacht die leute nicht wundern da ist ein kabel das ladekabel für die leute die jetzt gerade das video schauen das sind ladekabel nicht wundern das ist voll schwer ich muss so machen so ist am besten ohne füße wird man ganz knatschig ich denke die kommen über big tower auch weil big tower cam ist kaputt also dieses strass cam dort ich muss zwei runden back to back mit füßen spielen man klingt leider furzheit bei mir glaube ich vor mir weg windhoff weg windhoff weg windhoff ich hab das keine sorge ist der drohnen ist gut ausgelöschen haha idiot und 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 schau mir denn schau mir denn eine nade nein er funktioniert ipsala ich bin nur um dich zu fahrten okay jetzt mit füßen ja ich glaube kann ich nur mit einem magazin das würde ich mit zwei mal wegen meinen schickers doch mal ich finde es schon kacke das ist mit der dinge auch zählt mit der magischen muschel dann bei der minute nur mit einem magazin eigentlich schon ja eigentlich schon auch so mit den songs und so weit ist ja dann da kann man magisch müssen auch ganz raus nehmen so was zählen würde für eine ganze runde und so eigentlich schon hat jemand darum denn hast du extra hingeschrieben maximal eine minute jetzt habe ich eigentlich schon geschrieben wegen dem wie heißt es wegen dem wegen dem magischen muschelmittwoch so leute ich jetzt nur mit füßen die runde mit füßen wenn die fußkämmen sehen wir leute ihr wisst wo ihr gucken müsst auf youtube ich will eigentlich machen mein ziel ist eigentlich einmal mit füßen zu machen ich gehe es aber hier in die eck und schimmel one day one day 17 mal bestem monat mein mama hat den septemberholtzag wir gehen jetzt ganz gut auf save warum macht das einer eine breacher was heute scheiß wo der ist ein fullfleisch meine augen die haben einen gridlock und ich glaube ich habe das bedeutet das ash flankt auch meine oh ich werde sie weg sprengen aus bring sie weg ich werde sie weg ich werde sie weg sprengen aus bring sie weg gleicher bild schwimmen oder ich werde sie weg für ein kill komm ein kill mit unkater sich das wäre ein traum träumchen eigentlich musst du auf derselben höhe bleiben und einfach nur ducken wenn der runter geht eigentlich smart eigentlich das klingt zu einfach und und blind spielen ach du grüne neuner ich habe keine ahnung wo ich langlaufe aber gut wäre also Ich glaube, du stirbst vorher. Es bietet sich halt schon an, so. Wo bin ich denn jetzt? Aber pscht. Du bist noch outside. Bieg mal rechts ab. Bieg mal rechts ab. Ja, wir können hier halt bei Hedgefutter nehmen. Biegen sie rechts ab. Jetzt, Guardaos. Noch mehr. Halt mal A gedrückt. Bisschen mehr nach links und dann A gedrückt. Ja, muss weiter links. Jetzt. Ah, jetzt A gedrückt halt. Ja, und jetzt hoch mit dir. Auf Start. Ja, nee. Ist das ein Navi, oder wie? Jetzt noch mal A. Aber nicht nach rechts. Nach links, 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 links. Aber bis nach vorne. Aber nur leicht. Jetzt nach vorne. Nach vorne. Nach vorne. Nach vorne. Nee, ich sag' Stopp. Noch ein Stück. Warte, doch. Ja, stopp, stopp, stopp. Ja, okay, jetzt einmal 90 Grad nach links und dann komplett geradeaus. Das war zu viel. So? Das war zu viel. Das waren mehr als 90 Grad. Zink. Ja, genau. Das kommt jetzt geradeaus. Pusch, pusch, pusch. Jawohl. Auftrag entledigt. Oh, für mich besser gesagt. 100% Herrlichkeit hatten wir noch nie gehabt. Das macht die menschliche Träume. Was wir bedanken uns. Entschuldigung. Eeeh. Entschuldigung. Ja, wenn du whips musst, dann whips ruhig. Der whipser kommt von der Hand alleine. Ja, das ist natürlich belassen, Bruder. Weil zu derzeit spiel ich eigentlich. Okay, dann fangen wir mal so um 8 Uhr an zu streamen. Ich glaub da ist wer. Der hat meine Throne kaputt gemacht. Das macht die menschliche Träume. Ja, ist hier plus der ist? Wap Mai ist das? Ich ruf die an. Ja, okay. Einfach besser. Einfach besser. War der genau? Einfach im Holbe. Ja, sie weiß. Ne, er ist weiter rotiert. Ah, da bin ich noch unterwegs. Sorry, Bruder. Ja, aber ich bin Samstag live. Ich bin jetzt noch nicht mann, aber ich bin Samstag live. Hier ist einer bei mir. Rechts. Der dürfte gut einen Hit haben. Eben. Das ist so laut. Das ist für mich. Hier, hier, in den Raum. Hab ihn. Boah, du hättest mich fast so verkauft. Nein. Ich hab gar nichts gesehen. Ich muss die Gesundheit. Jeder kam richtig viel Rotz da raus, hab ich bis hin gehört, Alter. Äh. Oh, ey. Ja, hier. Das haben wir. Oh, ey. Äh, machen soll. Das kommt auch alles auf YouTube. Auch wenn's mit Füßen spielst du, auch mit Füßen kämmen. Niemals. Mit Nase aimen. Ach, du Scheiße, Bruder. Ey, mit Nase spielen. Fuck, Alter. Das wird so schlimm. Mit Nase spielen und? Ich hab wieder Füße. Oh, ich muss ein Team-Key machen. Belassen. Ich muss ein Team-Key machen. Mit Nase. Ich bin nicht in 9 Uhr. Mal ganz vergessen, Alter. Hä? Boah, das ist gar nicht so schwer, nicht Erschwingen? Das geht eigentlich. Aber du kannst ja nur laufen, du hast ja nicht zwei Dinger. Also du kannst ja nicht laufen und gleichzeitig aimen. Mit deiner Nase. Mit Nase aimen. Nicht mit Nase spielen. Ich muss ein Team-Key machen, oder? Ich werde immer noch vier Zunge. Ich glaub, ich mach Beiß mit einer Runde. René, tut mir leid, Bruder. Na, was lachst du? René, tut mir leid. Also komm schon, danke zu Tim. Warte, dann lass uns noch eine Frost-Wrap-Place. Okay. Geist lieber hier. Geist lieber direkt links in der Ecke. Okay, das lässt du auch. Okay, okay. Ja. Warte, ich bin safe. Geh einfach irgendwo hier hin. Oh, super W. Ich habe einen Schott mehr haben. So, das ist Gott. Okay, dann bringe ich mich schon. Sorry, Bruder. Alles gut. Für sein Herz, wenn ihr das für den Freak nimmt. Dafür mach ich ein Team mit der Nase. Okay, bloß das Wind noch nicht. Ich mach ein Team mit der Nase, Leute. Ich habe auch TK-Dings weggemacht, ne? Für sein Herz. Auf Herz, Basis. Das ist mein erstes Match-Spiel, ja? Mal gucken. Komm schon, ich spiel. Ein kill mit der Nase, komm schon. Ein kill. Sind wieder fast alle Camps down. Ja, die sind schnell, was das angeht. Nicht schlecht. Auf jeden Fall, das Wind noch nicht peaken. Der hat einen Pixel-Peak. Oh, oh. Oh. Fällt mir gar nicht. So, was er jetzt war. Finde ich so schlimm. Oh, da war eine Drone. Diese Drone, scheiße. Ja, die Mates brauchen wir. Die sind sind halt am Arsch. Ja, die sind halt alle wieder oben. Ich kann nicht abäumen, oder? Na, hier ist vollkommen zu langsam. Ich suppe dann immer noch oben. Oh nein, der Drone. Er ist ein Drone, scheiße. Oben, Metal kommt jetzt runter. Oben, rechts. Ist das? Kommt, äh, Nomad runter. Mhm. Er ist. Mein Kiel. Bad Nomad. Oh mein Gott, was? Ich war doch so froh. Oh, scheiße. Bitte nicht mit Füßen. Bruder, schon wieder mit Nase. Okay, Nase-Aim geht noch. Mit Nase-Aim geht noch. Ein Problem, Junge? Doch. Das ist ein Problem, Junge. Weil sich selbst verschafft ist. Dankeschön. Jetzt mit Nase-Aim, okay. So. Dann haben wir uns doch anders, Smarter Brie, Alter. Dann wissen wir, was du machst. Schön, dass du da bist. Weil ich zu schätzen, Brie. Ich weiß nicht, dass man es besser sieht, wa? Nase-Gaming, Brotfresser. Schön, dass du da bist. Und Nui, danke für die... Nui, danke für die Einschneid, Leute. Wie geht's euch? Die arme Torte? Warum die arme Torte? Ich weiß nur, warum. Jäger. 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 Wegen Customs Sies noch Radelles. Objen Korts stool. ich glaube es nicht ehrlich was sind das für gegner dicker er macht sowas das nervt mich richtig solche lobbies man da